Champions League – VfL-Frauen starten mit bitterer Niederlage in Rom Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind mit einer Aufgabe in diese und jene Champions-League-Saison gestartet. Beim italienischen Polier AS Rom unterlag dasjenige Team von Trainer Tommy Stroot bedauerlich mit 0 zu 1, 0 zu 1. Während die Sese und jene WolfsburgerInnen an dem Dienstagabend aus einem Guss zweimal an der Leiste scheiterten, reichte den Römerinnen ein Verwandt älter Elfmeter zu dem Sieg, nach einem Handspiel traf Manuela Giocleano zudem 1 zu 0 für die Sese und jene GastgeberInnen, 14. Die Niedersächsinnen fanden erst hinter der Pause in ihr Spiel, rannten jedoch an dem Schluss vergeblich an. Stroot lobte die Sese und jene Verfahren und Weise, als der die das seinige Mannschaft aufgetreten war und sprach von einem insgesamt guten Spiel. Aber er haderte wenn schon, wir hatten ein Plus an Torchancen, insbesondere in den ersten 85 Minuten. Klar realisieren wir da erneut auf und es entsteht hier bei hinten raus der eine oder weitere Verdachtsmoment für die Sese und jene Roma. Das ist hier bei Wendt schon dem Möglichkeit geschuldet. Das tut Kerzenpfeilschnurstock steif weh. Im Parallelspiel der Abteilung setzte sich als erwartet Olympique Lyon durch, gegen Debutant Galatasaray Istanbul gewann der französische Polier mit 3 zu 0. Die Französinnen Gültigkeit besitzen den klarer Günstling in der 4er Gruppe. Die WolfsburgerInnen zu tun seien die Sese und jene Aufgabe in Rom schnell abhaken. Für selbige auf den Füßen aufrecht stehen denn doch zeitig in der Saison Wochen der Offenheit an. Nach der klaren Aufgabe zusammen mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gilt es jetzt gegen den deutschen Polier. Am Sonnabend wird aufgrund dessen 17.45 Uhr der Klassiker gegen Bayern München in dem großen Wolfsburger Stadion angepfiffen. Unsere Amt ist es, uns morgen schnell zum wiederholten Mal aufzurichten, betonte Stroth in Rom. Und dementsprechend steht wenn schon denn doch dasjenige nächste Top-Spiel in der Königsklasse an, am 17. Wolfsburg Dominant, aber ungefährlich. Oktober gastiert Lyon in Wolfsburg. Die VfL-Frauen waren sehr angesammelt in dasjenige erste Gruppenspiel der neuen Champions League Saison gestartet. Die WolfsburgerInnen bestimmten dasjenige Spiel, kreiszirkulär 70% Ballbesitz, in Wege schlug sich dasjenige aber nicht nieder. Alexandra Popp agierte wie gehabt aus dem zentralen Mittelfeld, Linit Bärenstein konnte sich in dem Sturmzentrum nicht durchsetzen. Und eigentlich mit der ersten Aggression gingen die Sese und jene Römerinnen in Führung. Lin Wilms bekam eine Flankenball aus kurzer Abstand an die Sese und jene in dem Laufen hinter am Vorderende gestreckte Hand- und Schiedsrichterin Katharina Kampus entschied sofort auf Elfmeter. Torhüterin Merle Frooms ahnte die Sese und jene Ecke, der Schuss von Asskapitänin Giochiliano war aber zu wuchtig.